so wir müssen jetzt ups das war so nicht gedacht sehr schön einsammeln ja 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 gibt mal aus dem weg leute hier können wir noch was kaputt machen sehr schön und da brauchen wir ein produkt oder was wir bauen das jetzt erstmal hier zusammen dann kommen wir nämlich da hoch genau kümmert sich warum die so wen brauchen wir hier ein gift sauer okay und hier hallo eine schalttafel ja dann wollen wir mal hier oben weitermachen auf dieser insel sollte sonst niemand sein konnte abhaken und so ein herz brauchen wir nicht wir haben ein herz für dinosaurier alles kaputt machen da brauchen wir wieder so ein gift sauer zu so hier was da brauchen wir wieder irgendeinen mit dem strom gebe erstmal hier umschauen lassen sie mich von den gefahrenen optionen für den neuen pack erzählen so jetzt ist die frage hier sieht so aus als ob wir eine kurbel und schlüssel bauen wir hier ok einen schlüssel hier drüben ah das können wir so aufmachen ok der risosaurus ist entkommen der risosaurus hallo warum bist du so groß weil ich risosaurus heiße alt als erstes haben wir einen paracet zeichelzohr diese dinosaurier rammen zwar alles was ihnen denn entweil kommt aber bei ziegen ist das ja genauso und die mag irgendwie jeder ein weiterer plan ist es die langen hälse der brachiosaurier als rutschbahnen zu verwenden als rutschbar ok dann müssen wir uns umdrehen hallo, dreh dich mal es handelt sich um eine variante der beliebten jahrmarktsattraktionen, nur dass die ringe dabei auf lebende ziele geworfen werden ich bin mir sicher, da wird einiges an geld heraussprechen ein triceratops ring werfen ich glaub es hackt was die für ideen haben ach so, wir müssen drehen so, kommt raus, genau bäm 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 ups, das sind die falschen so, jetzt müssen wir das hier rammen und dann erstmal hier zusammen bauen keine ahnung was das ist, wenn es fertig wird hä hä wo ist jetzt der dino da ist er da ist noch was so, da müssen wir auch wieder zusammen bauen sehr schön man könnte sagen, dass sie bereits läuft er hat sich das bein gebrochen schaffen wir ihn in den wagen hast du überhaupt eine ahnung was das ist komm schon, mach die türe auf du bist irre wo willst du hin dad wo willst du hin dad das ist noch ein interessantes kapitel in deinem buch wird ein interessantes kapitel in deinem buch was müssen wir denn machen hochklettern und ausweichen wir müssen wechseln nein 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 so uiuiui das könnte spannend werden sollte es wahrscheinlich zum rüber ziehen genau ja wir haben genug zeit die stadt einzusammeln so viel zeit muss sein so kette rüber ziehen komm 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 ja du schaffst es du schaffst es jawoll so jetzt müssen wir einsteigen erstmal hier die sollen ruhig ein bisschen da hängen wir brauchen hier noch ein paar stubs weil so viel fehlt uns nicht mehr zu wahrer überlebender ich will die ganze zeit wahrer zauberer sagen wer das wohl kommt so gleich haben wir es geschafft so den hier noch und dann müssen wir es eigentlich geschafft haben jawoll war er überlebender gut dann ab ins auto so so wir müssen das hier in der mitte halten damit wir es raus damit wir den hoch ziehen können so jetzt müssen wir wieder wechseln klettert etwas schneller klettert etwas schneller und immer schön ausweichen scheiße das könnte jetzt etwas länger dauern scheiße auf die stadt einfach nur hoch kommen vor allem das ist so dunkel da vor allem das ist so dunkel da oh ne wir müssen jetzt hier reparieren hallo so schnell reparieren oh komm und wieder zurück ziehen so so und es geht weiter mit dem klettern ich sammle jetzt keine stadt ein nein ich bin ausgewischt oh ne oh ne oh ne unsere kommunikationsgeräte wurden zerstört wir setzen hier fest ladies und gentlemen und zwar zusammen wenigstens kamen wir vorbereitet es gibt ein kommunikationszentrum hier in der alten versorgungszentrale wenn wir dort hinkommen können wir die hubschrauber über funk erreichen Ankunft bei Ingen Level abgeschlossen freiespiel freigeschaltet und ein Erfolg bei Steam Mami ist stinksauer so was haben wir hier jetzt noch wahre überlebender was denn sonst sehr schön mini kids 12 müssten wir eins nur so Aya Aya Situ Deidre Bowman Ingen Speer Peter Ludloff Isla Sorna Katie Bowman alle freigeschaltet Jägerspeer Jägerspeer freigeschaltet und Jagdfallengeländefahrzeug freigeschaltet Dino haben wir leider keinen freigeschaltet und wahre überlebender gibt einen goldenen Stein und Level abgeschlossen Ja damit sind wir so gesehen ja schon bei der Hälfte der Geschichte angelangt also es geht ziemlich schnell hier in Lego Jurassic World dann sag ich mal sehen wir uns morgen wieder bis denne Tschüss bis zum nächsten Mal